Was geht WWUniversum und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Virtual Reality ist ja der heiße Shit zur Zeit und zig Firmen springen auf diesen Hype Train auf. Leider noch nicht die WW2K Serie, daher heute mal 10 Wege wie man VR in den WW2K Spielen umsetzen könnte. Das meiste sind zwar nur technische Spielereien, aber trotzdem wäre diesmal eine Idee das ganze in WWE Games in VR umzusetzen, auch wenn dies wahrscheinlich nie passieren wird. Als VR System wird hier das Playstation VR System genannt, natürlich gilt das ganze auch für andere VR Systeme wie Oculus Rift oder HTC Vive. Nummer 1 der VR-Ref Als Ringrichter in WWE Games zu agieren ist normalerweise ein ziemlich langweiliger Job und adert meistens darin aus, dass man alles und jeden verprügelt und irgendwann jemanden auszählt oder ein Pin viel zu schnell zählt. Stellt euch aber mal vor, das ganze wäre in VR möglich. Also jetzt nicht das Verprügeln oder diese schnellen Pins, sondern die allgemeinen Ringrichtertätigkeiten. Die Playstation Move Controller werden prädestiniert für die Handlungen eines Ringrichters. Gerade in Online Matches oder in Matches, bei denen Freunde spielen, wäre das nochmal spaßiger. Nummer 2 Zuschauer Aufeinandertreffen von zwei realen Spielern enden meistens in relativ guten und unterhaltsamen Matches, die sich nicht nur viele auf YouTube geben. Stellt euch aber mal vor, man könnte das ganze aus der ersten Reihe mitverfolgen, als wäre man wirklich in der Arena. Das wäre übrigens auch mal ein Vorschlag für reale Events der WWE. Vielleicht bietet die WWE sowas mal in den nächsten zehn Jahren an, wenn die VR-Entwicklung so weitergeht wie momentan. Nummer 3 Entrances Kennt noch jemand die interaktiven Einzüge aus den Wii-Versionen der SmackDown vs. Raw-Spiele? Ich bin mal so frei und behaupte, dass diese relativ beliebt waren, auch wenn sie nicht wirklich gut umgesetzt waren. Heben wir mal aber diese Idee auf eine komplett neue Ebene und lassen uns Entrances in VR genießen. Hier die Gesten, um Bewegungen eines Wrestlers zu imitieren, während die passende Entrance-Music im Hintergrund läuft und man durch die VR-Technik das Gefühl hat, dieser Wrestler zu sein, der gerade zum Ring kommt, wäre doch richtig toll. Nummer 4 Kommentator Dieser Punkt ändert etwas dem Punkt mit den Zuschauern, bloß dass man hier am Kommentatorenpult neben Michael Cole oder Bugatti, wer halt auch immer, sitzen würde. Hier Online-Matches von Freunden zu kommentieren, während man am Kommentatorenpult sitzt, würde das Feeling eines echten WWE- Events einfach perfekt einfangen, gerade wenn die besagten Freunde den Kampf auf dieses Kommentatorenpult verlagern. Nummer 5 Backstage in VR In WWE 2K18 ist es, wie es sicherlich einige von euch mitbekommen haben, wieder möglich sich in der Karriere Backstage frei zu bewegen. Dort ist es dann auch möglich interaktiv mit anderen WWE Wrestlern zu interagieren, also Fäden zu starten oder sich auch zu unterhalten. Das Ganze dann auch noch in VR würde den Karrieremodus in den WWE Games auf ein komplett neues Level bringen und ein einmaliges Feeling für diesen kreieren. Nummer 6 Fights in VR Wie kann man das umsetzen, ohne dass einem Kotz übel wird? Ich denke, dass dies mit der Third Person an sich ganz gut funktionieren würde, indem man da seinen Wrestler mit z.B. zu den PS Move-Controllern steuert. Aber bitte nicht so umsetzen wie bei den Wii-Teilen. Nummer 7 Manager Das ist wiederum ein Punkt, den man super in VR umsetzen könnte. Außerhalb des Rings stehen, den Ringrichter ablenken und in das Match eingreifen. Das alles wäre super in VR umsetzbar, auch wenn das wahrscheinlich nur beim ersten Mal so wirklich cool ist und danach wahrscheinlich dann auch ziemlich langweilig. Nummer 8 Kameramann Ach ja, die freie Kamera in den WWE-Spielen. Hätten wir diese Mal wieder, wären schon viele zufrieden. Da klingt es fast zynisch, so etwas vorzuschlagen. High-Dead-Clips zu erstellen, indem man sich frei durch die Gesamt-Arena bewegen kann und aus jeder erdenklichen Position das Match aufzuzeichnen. Das wäre doch richtig toll, oder? Durch diese VR-Umsetzung dürfte es am Ende ein besseres Endprodukt geben, da das Ganze wahrscheinlich nicht so fummelig ist wie mit einem Controller. Nummer 9 Charakter-Erstellung Wie geil wäre es denn, einen neuen Wrestler zu erstellen und ihn direkt vor einem zu haben. Bis ins letzte Detail könnte man den Cars so anpassen, wie man das möchte und sieht dabei gleich, was man kreiert hat. Dadurch dürfte ein richtig geiler Cars zustande kommen, da man wie schon gesagt genau sieht, was man gerade verändert hat und was nicht und wie das halt am Ende auch wirkt. Nummer 10 Arena-Erstellung Kennt jemand diese Holosense-Demo von Microsoft, die sie auf der E3 2015 zeigten und die VR-Umsetzung von Minecraft zeigte? Stellt euch das mal vor mit WWE-Arenen, also dieser WWE-Arenen-Erstellung in den 2K-Spielen. Das wäre doch einfach awesome, wenn man gleich sehen würde, wie diese Arena wirkt, indem man sich einfach mal selber hereinstellt. Was haltet ihr denn von meinen Vorschlägen? Habt ihr bessere oder haltet ihr einen VR-Modus in den WWE-Spielen für kompletten Quatsch? Schreibt es in die Kommentare und gebt ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!